Im März begleitet uns bei Unser Sonntag Pfarrer Christian Böck, Direktor des deutschsprachigen Pilgerzentrums in Rom. Seit August 2023 lebt der aus dem Bistum Passau stammende Priester wieder in der ewigen Stadt. Und schon während des Studiums verbrachte er ein Jahr an der Gregorianer. Nach 25 Jahren der Pfarrseelsorge im Bistum, die letzten 14 Jahre im Pfarrverband Fürstenzell bei Passau, ist es ihm, neben der Verwaltung und Organisation, ein Anliegen, die Pilger in Rom auf dem Weg zu den heiligen Städten geistlich zu begleiten und den Glauben an Gott in den Herzen und im Verstand der Pilger zu vertiefen. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes In jener Zeit gab es auch einige Griechen unter den Pilgern, die beim Passchafest in Jerusalem Gott anbeten wollten. Diese traten an Philippus heran, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn, Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus ging und sagte es Andreas. Andreas und Philippus gingen und sagten es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen, Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn schon verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Die Menge, die dabei stand und das hörte, sagte, es hat gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat zu ihm geredet. Jesus antwortete und sagte, Nicht mir galt diese Stimme, sondern euch. Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagte er, um anzudeuten, auf welche Weise er sterben werde. Liebe Schwestern und Brüder, Der heutige Sonntag wird seit Alters sehr Passionssonntag genannt. Immer deutlicher stellt uns die Kirche in ihrer Liturgie, in den Texten der Lesung und des Evangeliums, das Leiden Jesu vor Augen. Es ist gut, dass an diesem Sonntag näher über sein Leiden und unsere Leiden nachzudenken. Evangelium, zu deutsch, frohe Botschaft, kommt uns dabei auf den ersten Blick sicherlich nicht in den Sinn. Frohmachend ist es bestimmt nicht. Eher einleuchten, wenn Jesus sagt, wenn das Weizenkorr nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Jesus redet gerne mit Bildern aus der Landwirtschaft. Den landwirtschaftlichen Sachverstand brachten seine Zuhörer mit. Sie wussten aus eigener Erfahrung, ein Weizenkorn kann nur Frucht bringen, wenn der Bauer es aussät, nicht festhält, ängstlich aufbewahrt, damit ja nur nichts drankommt und im Letzten verdorren lässt. Wenn der Bauer ernten will, muss er es aussäen, dem Acker anvertrauen, er muss es preisgeben. So will Jesus sagen, ist es auch im menschlichen Leben. Wenn ein Mensch wachsen und reifen will, muss er dafür etwas, er sich selber immer wieder preisgeben, hingeben und auch loslassen. In Indien wird erzählt, wie man einen Affen fängt. Man nehme eine leere Kokosnuss und mache ein Loch in die Schale, gerade so groß, dass ein Affe seine Pfote hindurchschieben kann. Dann gebe man etwas Reis in die Kokosnuss, befestige sie an einem Baum. Der Affe greift nach dem Reis durch die Öffnung, aber die Pfote ist so groß, dass er sie nicht mehr rausziehen kann. Und weil der Affe den Reis um jeden Preis festhält, ist er gefangen. Nur wer loslassen kann, Schwestern und Brüder, der hat Hände frei, um Neues erlangen zu können. Das ganze menschliche Leben ist ein ständiges Loslassen, um weiterzukommen. Ein Abschied, um zu Neuem aufzubrechen. Damit der Mensch überhaupt das Licht der Welt erblicken kann, muss er den bergenden Schoß der Mutter verlassen. Jahre später verlässt er oder sie das Elternhaus, um in den Kindergarten zu gehen, die Schule zu besuchen. Dann der Auszug irgendwann aus dem Elternhaus, egal um eine Partnerschaft einzugehen oder alleinstehen zu bleiben. Der Mensch muss sich von seinen Eltern abnabeln und lernen, auf eigenen Füßen zu stehen und selbstständig Entscheidungen zu treffen und auch zu verantworten. Das Loslassen können, Schwestern und Brüder, zu einer reifen, gesunden Persönlichkeit ganz wesentlich dazugehört, will uns Jesus mit dem Weizenkorn erklären. Und dieser Vergleich trifft auch sein Leben. Jesus nimmt ihn her, um anzudeuten, was mit ihm geschehen wird. Er will sagen, dass er sterben wird. Aber aus seinem toten Leib wird etwas Neues, etwas Unglaubliches entstehen. Er wird zu einem neuen, unzerstörbaren Leben auferstehen. Jeder Vergleich hinkt, sagen wir. Das Weizenkorn ist zwar nicht tot, es enthält Leben. Dieses Leben muss nur geweckt werden. Aber es ist ein seelenloses Leben. Es hat keinen Verstand und kein Gefühl. Jesus, der sich mit dem Weizenkorn vergleicht, ist Mensch. Gott ist so. Mensch zugleich. Er war ein sehr empfindsamer Mensch. Er hatte Angst vor dem Leiden. Die Evangelisten berichten von der erschütternden Szene am Ölberg. Jesus hat sein ganzes irdisches Leben, sein Leiden und Sterben gleichsam einüben müssen. Die Enttäuschungen über die Menschen, die ihn nicht verstehen. Seine Jünger eingeschlossen. Die Nachstellungen seiner Gegner. das Scheitern seiner Pläne. Er hat die tiefen menschlichen Lebens durchschritten. Seine Bitte an den Vater, er möge ihn von diesem Leiden und Sterben verschonen, ist zutiefst menschlich. Aber er hat sich in den Willen des Vaters ergeben. Im unerschütterlichen Vertrauen, dass der Vater ihn nicht im Tode lassen wird. Was bedeutet das für uns, Schwestern und Brüder? Gibt uns der Glaube und seine Auferstehung auch Kraft, Zuversicht im eigenen Leid? Der Protest gegen das Leid ist vielleicht unser stärkster innerer Widerspruch und unüberhörbar unserer Fragen, wie kann Gott das zulassen, wenn er der liebe Gott ist. Das Leid unschuldiger Menschen, das Leiden von Kindern, das Unglück der Armen. Wo ist Gott angesichts der schreienden Ungerechtigkeiten in der Welt? Der Kriege, des Terrors, des Hungers von Millionen von Menschen. Warum müssen immer wieder die Guten leiden? Warum geht es denen gut, die sich um Gott und Kirche nicht kümmern, sich nicht scheren? Sicherlich bedrücken uns auch diese uralten Fragen der Menschheit. Die Frage nach dem Leid, nach dem Bösen in der Welt, gehört zu den schwersten Prüfungen des Glaubens. Nicht wenige sind darüber an Gott irre geworden. Viel Leid fügen die Menschen sich selber zu. Viel Leid könnte vermieden werden. Viel Leid könnte behoben werden. Aber es bleibt ein Rest, für den niemand verantwortlich gemacht werden kann. Die Naturkatastrophen, Krankheit, Sterben, der Tod. Warum das Leid? Ich meine, Schwestern und Brüder, darauf gibt es keine allgemeingültige Antwort. Im Letzten muss darauf jeder in seiner Situation eine eigene Antwort, einen eigenen Sinn suchen, eine Frage, die ein ganzes Leben brennen kann. Ich fände es nicht nur hochmütig, sogar dumm und herablassend, einem leidenden Menschen seine eigenen Fragen und Anfragen leichtfertig und formelhaft zu beantworten. Was ich aber weiß, ist, dass viele Menschen Trost und Sinn fanden, im Blick auf Jesus, nicht auf den großen Meister, Lehrer und Wunderttäter, sondern auf den am Kreuz. In ihm gibt Gott eine Antwort, die nicht eine theoretische Erörterung ist. Gott gibt sie im Leben, im Leiden und Sterben und in der Auferstehung Jesu Christi. In ihm hat Gott selbst das Leid der Menschen geteilt, ist ein Mitleidender im wahrsten Sinne des Wortes geworden. Kompassione bedeutet im italienischen Mitleid. In seinem Sohn Jesus solidarisiert Gott sich mit dem Leid der Menschen, dem Leid der Unschuldigen. Jesus, der Unschuldigste von allen. Es ist eine Erniedrigung Gottes, wie sie tiefer nicht gehen kann. Der Anfang des Lebens Jesu im Stall, das Ende am Kreuz, zwischen Krippe und Galgen eingespannt. In Jesus stellt Gott sich auf die Seite der Leidenden, derer, die nichts zu lachen haben im Leben oder denen es gründlich vergangen ist. An diesen Jesus Glauben heißt, sich selbst in diesem Jesus wiederfinden, in seiner Verzweiflung und in seiner Zuversicht, in seinem Karfreitag und Ostern. Das ist es auch, Schwestern und Brüder, was wir in diesen Wochen vor dem Osterfest bedenken sollen. Besonders auch im Hinschauen auf unser eigenes Leben. Viele unserer Fragen werden verhüllt und abgedunkelt bleiben, genauso wie die Kreuze in der Kirche ab dem heutigen Passionssonntag verhängt werden. Erst am Karfreitag wird der Blick auf den Gekreuzigten wieder frei sein, der Vorhang des unbüchdringlichen Fragens zerrissen sein. Ostern ist die Antwort Gottes auf den Karfreitag. Das fruchtbare, ausgesäte, losgelassene Weizenkorn gibt Jesus und sein Bild dafür mit auf den Weg in diese Tage. Amen. Amen.